Jetzt beginnen wir mit der Start-Order für die Kombination von Technik und XCO. Ein Wüterstrom! Wir sind alles, wir sind! Gönnen Sie die Übung, welchen Sie ein Wüterstrom. Gönnen Sie die Übung, welchen Sie die Ausländer? Sie können die Übung, welchen Sie die Übung. Lange Sie die Übung anbauen. Lange Sie die Übung, welchen Sie die Übung anbauen. Let's ein Wüterstrom. Das ist schwer, das sei sich. Backhouse! Bicci! Wow, Fiona Klien, also die ist jetzt an... ...nüsterleikische Sieg. Astrid Girl is paddling to the victory. Vigori Agatza, winner, Melt and Fight Combined. Und da, liebe Boyen, incredible. Wir begrüßen für die Sparci und Elite-Geschwein an der zweiten Stelle. Ja, wir begrüßen Lorena Kadalber. Great applause. Für die Lorena Kadalber, die zwei Platzierende. Und als nächstes für das Team Österreich, habe ich gesehen, Jakob. Wir begrüßen ganz, ganz herzlich Fiona Kien. Auf Wiedersehen war ein großer Applaus. Fiona und Victoria lieben sich hier in den Armen. Die Top 3 sind auf jeden Fall im Ziel. Wir trennen von nur 43 Sekunden. Anita Novotna, in 4th place for the Czech Republic. Wir begrüßen für Österreich, Mitte 233 ist das. Und das ist Jakob. Katharina Sadnik mit unseren besten Spalterinnen und für unsere Zuschauer. Applaus. Karl, Karl, man geht mal schäuern. Also ich habe es am Team in der letzten Zeit nicht geschafft. Also da habe ich auch genau gestärkt haben. Und dann habe ich halt nur Team gesucht. Und dann haben wir den Jungen beigetrieben. Und dann hat es halt viele Leute mit mir getroffen. Und dann haben wir gesagt, ja, ich vermis. Wir begrüßen euch in Österreich unsere Siegerin Victoria Kratzer. Das ist unsere erfolgreich gespannte heute Tagessiegerin Victoria Kratzer. Finis, finis, finis.